Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Alle Doppelabschlumpen. 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 Viele Fehler hast du gemacht. Viele Schnippfiele. Das war eine Zeitgefehler. Normalerweise darf ich das spielen nicht. Ja, das ist aber keiner. Ja, keiner. Ja, keiner. Nein, normalerweise darf ich das spielen nicht. Weil viel zu viele leichte Fehler machen. Also das darf halt dann auch nicht. Ja, fast bis sieben waren vier Bälle. Meine ersten Bälle? Deshalb darf ich es normalerweise auch gesprungen. Die Trainer, wenn es gerecht ist, ich glaube, Niederbayern-Freising. Ja, ja, Freising. Also wenn es gerecht ist, muss ich eher gewinnen. Aber das war es nicht. Ja, gerecht ist bei den Bühnen. Aber das machen wir ja so. Ach, es ist ein guter Spieler. Hier geht es, nicht? Ja, aber… Entschuldigt. Das ist meine Kamera. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.